Und wer zuerst? Zuerst die Mama. Und wann um wie viel Uhr? Um halb elf heute Morgen. Mhm. Und der Jörg um viertel Nacht. Aber du hast nicht gesehen, ob die Mama schon ins Tierring ist. Der Jörg in weitergeht. Der Jörg ist im Allgäu. Wo? Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im IT der Deutschen Bahn nach München. Du wünschst mich eine angenehme Reise. Ich kann doch einen Moment hochheben, dann kann ich doch reingehen. Danke schön. 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 Danke schön.